Los geht's! Ich kann mit legalen Mitteln eigentlich nicht gewinnen. Was macht der? Hey! Hey! Ja, Meinberg, so siehst du dich gern, gell? Alles klar. Aber jetzt ist der Spaß vorbei. Deine Aufgabe. Gewinne beim Kart. Ja, das habe ich mir jetzt hier auf der Rennstrecke schon fast gedacht. Aber die Frage ist ja, mit was für einem Kart und vor allem gegen wen? Ich höre da schon was. Oh, Alter! Fuck! Alter, bist du fällig! Äh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich muss zugeben, ich habe nicht damit gerechnet, dass du jetzt aus diesem Kart steigst, weil ich habe dich gerade hier fahren sehen und ich fand das krass schnell. Marc will mich einfach komplett demütigen. Du, ich wollte es einfach mal fair machen. Ich dachte mir, ich suche jemanden in deiner Größe und da ist man halt... Du bist so ein Penner, wenn dich möchte ich sehen. Die absolut undankbarste Konstellation. Also ich will natürlich nicht gegen, sorry, nicht gegen den Mädchen verlieren, aber dieses Mädchen ist halt quasi Pro-Fahrerin. Ich muss jetzt irgendwen, irgendwen finden, der mir das Kart irgendwie mal auf die Strecke bringt. Kommst du mal kurz? Am besten so, dass Marc das nicht mitkriegt. Heimlich? Heimlich? Heimlich, ja. Ich wollte dem Meinberg keine Sekunde trainieren lassen, plötzlich schaue ich einmal weg, zack, war er auf der Strecke. Und krass, also von außen gesehen sah das echt so aus, als wäre der Meinberg fast genauso schnell wie Lili. Da habe ich mir dann gedacht, oh Gott, das wird doch heute nicht schief gehen. Heute wirst du platt gemacht. Die halbe Portion von uns beiden bist du, Fräulein. Liebe Rennfahrer, wir fahren drei Rennen, jeweils zwei Runden. Meinberg muss eines davon gewinnen, was er nicht wird. Dann hat er gewonnen. Los geht's! Dann ging es wirklich los, eine Runde Warm-up, fliegender Start. Jetzt ist das Rennen gleich eröffnet. Ich habe mich gerade so eingegroovt und dann in der ersten Kurve haut die an mir vorbei. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Dann bin ich voll aufs Gas gestiegen. Ich musste irgendwie hinterher. Und dann... Und da ist er raus! Erstes Rennen hat Meinberg verloren. Er ist raus! Nach diesem ersten Rennen war mir sofort klar, dieses Kind ist so unfassbar schnell. Ich kann mit legalen Mitteln eigentlich nicht gewinnen. Rennen Nummer zwei. Ehrenkodex ist, dass man nicht Gas gibt vor der Startlinie. Was macht der Penner? 50 Meter davor gibt er Vollgas und zieht weg. Und dann war es spannend zu sehen. Meinberg war plötzlich vorne und Lili hinten dran. Was macht sie? Sie überholt ihn einfach. Ich habe das leise Gefühl, dass ich es auf das richtige Pferd gesetzt habe. Drittes Rennen. Meine letzte Chance. Und ich musste einfach alles ganz anders machen. Was macht der? Was macht der? Hey! 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 Jetzt habe ich sie! Jetzt habe ich sie! So ein Wichser! So ein Penner! Was ist los mit dem? Wie dreist kann man sein, dass man ein elfjähriges Mädchen von der Strecke abdrängt. Und dann war klar, Lili hat einen riesen Rückstand, den sie jetzt erstmal aufholen muss. Nein, 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 nein! Oh Gott, sie kommt, sie kommt! Fuck! Und dann ist sie vorbei! Das ist es! Das ist es! Das ist es! What? Wo kam jetzt dieses Mädchen her? Das ist es! Das ist es! Das ist es! Krass! Und schaut euch diesen Kackloser an! Mann! Lili, das tut mir leid, das war alles nur wegen dir! Ich kann mich doch nicht anders wehren! Ich kann doch nichts anderes machen! Die ist eine Formel-1-Fahrerin ist das! Ein bisschen peinlich ist mir das schon! Es ist mal wieder ein ganz, ganz schlimmer Tag in meiner Karriere! Lili, nochmal herzlichen Glückwunsch! Das war großartig! Du hast das toll gemacht! Ja! Und jetzt schau weg, weil ich geh mich bis auf! Okay! Wenn ihr keine Challenge mehr verpassen wollt, dann abonniert mal unseren Kanal! Wenn ihr die Ari sehen wollt, wie die sich schlägt bei einer Challenge, dann klickt mal hier! Und wenn ihr richtige Sportler sehen wollt, dann schaut mal bei Team Playground zu! Prost!